Beste Freundinnen, der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Ohne fügt es einfach besser an. Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt. Ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte ihren Psychotherapeuten dabei. Das ist echt zu blühen, wirklich. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abfühlmittel für die Ohren. Was ist hier los? Warum fängst du denn so komisch an? Irgendwie ist in mir gedrückte Stimmung. Dabei wirkst du total fröhlich und aufgeräumt heute. Ja. Du bist ein guter Schauspieler, wenn jetzt irgendwas Ernsthaftes kommt, was ich noch nicht mitbekommen habe. Es ist schon ein paar Monate her. Ich habe es mich nicht getraut, dir zu erzählen. Bist du in einer festen Beziehung oder was? Nein. Das wäre das Überraschendste, was jetzt passieren könnte. Hey, ich habe seit fünf Monaten eine feste Beziehung. Das wäre ungefähr so wie meine Heiratsstory. Okay. Ich hause einfach raus und ich habe mit einer Frau geschlafen, mit der ich mal zusammen war. Ja. Und wir haben, und ich glaube, die Geschichte kennst du auch schon. Du bist ein Wiederholungstäter, oder was? In der Zeit miteinander geschlafen, wo sie nicht schwanger werden kann. Es gibt ja auch Kalender und Tabellen. Das ist überhaupt nicht lustig. Es ist wirklich nicht lustig. Und ich möchte auch dazu sagen, ich bin nicht in ihr gekommen. Ja. Das Ding ist, es gibt ja trotzdem Lusttropfen. Ich dachte gerade, sie ist eine Samenräuberin. Nein. Es gibt ja trotzdem Lusttropfen. Und dann ist ihre Regel ausgeblieben. Mhm. Und du kannst dir nicht vorstellen, was mir da durch den Kopf gegangen ist. Bisschen schon. Ah, du Vollidiot. Also, ich hatte mir die krassesten Selbstvorwürfe gemacht. Ja. Wie kannst du nur so trottlich sein? Dir ist das einmal schon passiert und du denkst jetzt, beim zweiten Mal bist du ein bisschen cleverer. Na gut, beim zweiten Mal bist du nicht gekommen. Ja. Und ich hatte die absolut krasseste Panik, weil ich wollte nicht noch ein zweites Mal Papa werden. Zumindest nicht so. Also, ungeplant Vater werden. Wirklich. Alle Gefühle von damals sind wieder hochgekommen. Wann war denn das? Wie lange ist das her? Das ist ein paar Monate her. Okay. Und sie hat sich so überhaupt gar keinen Kopf gemacht. Inwiefern? Ja, ob irgendwie was sein könnte. Die Regel ausbleibt, sie so, oh, nö, nö, wird schon gar nicht sein. Aber es war nicht deine Ex-Freundin, mit der du irgendwie in den letzten Monaten mal geschlafen hast. Nein. Okay. Ich habe mich einfach total schäbig gefühlt. Sie war super locker drauf und ich dachte mir, ah, das dann wieder berichten zu müssen. Das war das Erste, woran du gedacht hast. Nee, also es war einfach so, ah, was für ein Chaos in meinem Leben entstehen wird. Also, ich bin dann Vater von zwei Kindern, wo ich nicht mit der Frau zusammen bin. Aber für den besten Vaterfreund und generell für den Content wäre es wahnsinnig toll. Ja, und ich habe dann mir auch so Familienfeiern vorgestellt, wo so alle zusammenkommen. Ich meine, mein Vater ist ja dieses Vorbild dafür, für diesen Prototypen. Der hat ja mit zwei Frauen Kinder. Ja. Aber mit der einen ist er wieder zusammen. Ah, ach wirklich? Wusstest du das? Nein, das hast du mir nicht gesagt. Führt doch auch eine einseitig offene Beziehung und so. Aber mit welcher ist er denn zusammen? Mit der Mutter von meinem Halbbruder. Ach, wirklich? Schon ein paar Jahre. Nee, das war einfach... Aber offiziell zusammen, das habe ich nicht mitbekommen. Oh, ich würde schon sagen. Naja, auf jeden Fall würde ich... Geht ja auch nicht um ihn jetzt hier. Ja, ganz genau. Und wir wollen ja nicht vom Thema ablenken. Aber es war mir einfach so wahnsinnig peinlich. Wie kann ich nur so dumm sein? Ne, wirklich? Und diese Tage gingen dann vorbei und irgendwann wurde sie dann auch ein bisschen krampig. Und ich habe mich niemandem anvertraut, weil es mir so wahnsinnig peinlich war. Also ich habe all das nicht gemacht, was ich eigentlich anderen Leuten dann raten würde. Warst du denn in der Zeit auch deswegen so unter Strom? Weil du warst ganz schön unter Strom. Und ich habe es halt immer auf andere Sachen geschoben. Also es gab eine Phase von zwei Wochen, wo ich wahnsinnig krass unter Strom war. Sind wir uns da begegnet? Ja. Okay. Aber wir hatten gerade anderen Kram zu regeln. Darum habe ich irgendwie mich nicht getraut, das anzusprechen. Und ich hatte auch schon deine Reaktion erwartet. Was hättest du denn gesagt, wenn ich es dir einfach so erzählt hätte? Ich hätte dich zumindest nicht verurteilt, wie ich es jetzt auch nicht mache. Dankeschön. Ich hätte mich auch irgendwie gefreut, komischerweise, perverserweise. Warum? Ach, weil am Ende ist ja ein Kind jetzt nichts Schlimmes. Also es ist ja eigentlich was sehr Schönes. Und die Erfahrung hast du jetzt ja auch machen können. Natürlich ist der Zustand, wie es dann entstanden ist, vielleicht nicht ideal gelaufen bei dem ersten Kind. Aber wenn du jetzt so im Nachhinein guckst, würdest du ja niemals deine Tochter dir aus deinem Leben wünschen. Ganz im Gegenteil. Und so mit der Perspektive auf die Sache, wäre ich schon wieder in den nächsten Schritten, ja, deine Tochter wünscht sich ja eh ein Geschwisterchen. Und ihr könntet dann eine ganz andere Form von Familienkonstrukt aufbauen. Es wäre auf jeden Fall sehr spannend geworden. Ja, ich hätte schon direkt mal den Vierfelderhof irgendwo gekauft und dann so eine Wohnung und so eingerichtet. Also ich war auf der einen Seite voller Charme. Not again so. Dieses Du Trottel. Was mir die ganze Zeit durch den Kopf ging. Und auf der anderen Seite voller Panik, wie mein Leben sich dann nochmal auf Zündstufe 2 verändern wird. Vor allem in der jetzigen Zeit nochmal ein Säugling an der Hand. Na ey, vor allem dein ganzes Leben lang nochmal mit zwei weiteren Menschen verbunden sein. Ja, aber erstmal ist ja akut der Säugling da. Für drei Jahre lang Vollbetreuung. Ja, okay. Auf jeden Fall hatte sie dann auch irgendwann Panik gekriegt. Ich habe mit meiner Schwester drüber geredet und sie so, ja, wollt ihr nicht mal einen Schwangerschaftsfrühtest machen? Ja, exakt. Habt ihr nicht gemacht. Auf die Idee seid ihr gar nicht gekommen. Ja, das Ding war, dass sie gesagt hat zuerst so, ja, das ist völlig normal. Bei mir schwankt das Regel-Eintreffen. Ja. Und das zweite war dann, dass sie es irgendwie so vergessen hatte und ich dann nochmal irgendwann gefragt habe, weil ich dachte, hey, wenn sie sie nicht bekommen hätte, dann hätte sie mir schon gesagt. Ja. Dann hätte sie sich schon bei mir gemeldet. Ja. Aber sie hatte es einfach nicht so auf dem Schirm. Okay. Und dann waren wirklich diese Tage der vollen Panik und dann haben wir den Test gemacht. Mhm. Und da kam raus, dass sie nicht schwanger ist. Ein Stein vom Herzen. Ey, ich habe mich wirklich federleicht gefühlt. Das glaube ich. Und ich weiß nicht, ob du so Momente kennst, wenn du denkst so, okay, wenn das jetzt nicht ist, dann werde ich das und das und das machen und dann werde ich das nochmal umkrempeln. Natürlich. All diese Gedanken gehen mir in den Kopf. Und sie hatte ihre Regel dann immer noch nicht. Rate mal, was passiert war. Aber ich will jetzt nicht ins Medizinische rein. Irgendwie so eine Scheinschwangerschaft oder sowas. Keine Ahnung. Nein. Sie hat einfach hardcore gefastet. Ich glaube 10 oder 11 Tage. Ah, okay. Und dadurch hatte sie sich ihre Regel verschoben. Ah. Und das war gar nichts. Das war alles gut. Aber warum? Egal. Ist das ja jetzt passiert. Ja, bitte. Warum habt ihr keinen Frühschwangerschaftstest gemacht? Also das ist so. Ey, die größte Frage ist. Ja. Warum stehst du eigentlich mit einer Person ohne Kondom, die nicht entweder auf ihrer Seite verhütet oder. Ich meine, wir wussten, dass wir beide einen Test gemacht haben und dass wir beide. Weil du vielleicht ganz tief und unterbewusst doch ein Kind haben wolltest und vielleicht auch in dem Konstrukt. Nein. Aber es ist interessant. Also meine Panik hat da nicht dazu gepasst. Und es war mir mal wieder eine Lektion, dass diese ganzen Gefühle von früher einfach mich in diese tiefste Panik versetzt haben. Wirklich. Ich habe zwei große Panikthemen. Drei. Ich glaube, die krasseste Panik habe ich in der Dunkelheit gespürt, als ich diese Dunkelheitserfahrung gemacht habe. Die krasseste Panik habe ich gespürt, als ich ungeplant Vater geworden bin. Und ich habe einfach immer mal wieder in letzter Zeit nicht so Panik vorm Tod. Ach, wirklich? Ja. Also wirklich so, dass du... Vor dem Tod sein, nicht vor dem Sterben. Sterben stelle ich mir nicht so schlimm vor. Ich meine, ich habe es ja nicht erlebt, aber ich war sehr, sehr nah dran. Und das war so, ich weiß, was der Körper dann freisetzt. Und ich meine, wir können mit niemandem reden, der wirklich gestorben ist. Nee. Also bleibt das immer noch ein bisschen so der Vermutung offen. Das war krass, aber so überwältigend, dass es anders war. Hast du denn Angst vor dem Tod, also dem Tod sein, oder hast du Angst davor, dass du nicht genügend getan hast, bevor du stirbst? Nein, Tod sein. Weil bei mir ist es manchmal so, dass ich mich manchmal, wenn ich, also ich habe keine Angst vor dem Tod sein und auch vor dem Sterben nicht, aber manchmal, wenn ich so irgendwie einen ruhigen Moment habe, denke ich so, hey, wie wird es wohl in ein paar Jahren sein? Wirst du dann zurückgucken und sagen, hey, du hast alles gemacht oder hast du zu wenig gemacht? War das doch okay? Wenn du wieder mal auf der Couch festgewachsen bist. Wenn ich auf der Couch festgewachsen bin, ob ich dann im Nachhinein mich frage, hätte ich diese Zeiten, verschwenderischen Zeiten auf der Couch anders nutzen sollen? Ich musste in diese Scheinvaterwerdung übrigens an dich denken und dachte, hey, wie ist das Leben eigentlich, wenn man weiß, für die nächsten 60 Jahre kommt jetzt nichts Neues mehr. Es bleibt alles so wie geplant. Weil für dich ist ja das Leben ziemlich krass geregelt. Also du weißt ziemlich sicher, mit deiner passiven Treue, dass du mit deiner Frau zusammenbleiben wirst. Ja. Du weißt ziemlich sicher, dass sie nicht nochmal ein Kind kriegt. Du weißt ziemlich sicher, dass sie jedes Jahr ein paar Urlaube machen werden. Du weißt ziemlich sicher, dass deine Kinder aufwachsen und wahrscheinlich irgendwann ihre eigene Family gründen und es alles so gut ist. Also eigentlich ist ja alles geregelt und gar keine große Veränderung mehr in deinem Leben geplant. Also auch beruflich weißt du ungefähr, was du machen wirst. Da wird es vielleicht nochmal so ein paar Sachen geben, die dazukommen. Aber eigentlich ist von hier bis zu deinem Tod mit den paar Schicksalsschlägen, die auch dir wieder fahren werden, alles geplant. Ja. Wie langweilig ist das auch? Wenn du das erzählst, dann tut sich so ein inneres, wohliges Gefühl in mir auf. Ja. Ich weiß, dass es bei dir wahrscheinlich eine Panik sich breit macht, so ein bisschen. Aber bei mir ist so ein, ich dachte gerade, würde ich das jetzt negativ sehen wollen? Aber ich merke so richtig, wie ich so eine innere Ruhe in sich in mir breit mache. Das ist so ein bisschen so, als ob du Individualtourist bist und sagst, du planst während des Urlaubs und guckst, wo es dich hinzieht. Ja. Oder ob du sagst, hey, ich buche mir da mal eine schöne Pauschalreise ein, wo ich am ersten Tag genau weiß, was am letzten passiert und umgekehrt. Wobei, das machen wir beides. Also Urlaube sind... Ja, aber dein Leben... Ja. Also ich habe mein Leben... Eine sehr schöne Pauschalreise. Also ich habe mein Leben ja bisher nicht so wahrgenommen, dass ich so krass auf Schienen unterwegs bin, auch wenn sich das immer wieder so darstellt. Wenn ich es auch so gucke wie... Ich habe statt gestern zufällig im Badezimmer vorm Spiegel und mein Sohn hatte mich irgendwas gefragt bezüglich... Da ging es um Fußball und dann hat er irgendwie gefragt, ja, wie wird denn das wohl sein? Ich sollte man nicht in die Zukunft gucken und habe dann auch so Revue passieren lassen. In unsere Show. Genau. Was ich alles schon gemacht habe und ob das ausreicht und... Ausreicht für was? Genau, das war ja genau die Frage. Warum stelle ich mir diese Frage in der Form eigentlich? Und ich kann gar nicht sagen, dass ich so wenig beruflich auch erlebt habe. Es gibt bestimmt andere, die mehr erlebt haben und es gibt auch welche, die weniger erlebt haben. Aber wenn ich so gucke, hey, die letzten 20 Jahre, es gab immer so feste Inseln, aber den Wandel, den ich vollzogen habe, da bin ich dann doch irgendwie zugekommen, dass da schon viel passiert ist in der Zeit. Aber du hast natürlich recht, die nächsten 20, 30, 40 Jahre sind ziemlich fest. Es sei denn, es gibt irgendwelche erschütternden Einschläge, die ich noch nicht kenne. Und wen hätte es beinahe bei mir gegeben? Ey, diese Lusttropfen-Nummer. Meine Frau sagt immer, wir schlafen ja auch gerade schon länger eigentlich, ohne Verhütung. Ja, ich finde das ein bisschen anderer Rahmen. Natürlich, natürlich. Ganz leicht anderer Rahmen. Aber ich sage halt immer, ach Quatsch, da passiert nichts mit dem Lusttropfen. So ein Quatsch. Und jetzt erzählst du mir hier diese Lusttropfen-Nummer. Klar, natürlich ist es jetzt gar nicht so gewesen. Aber du hast ja keinen Lusttropfen bei deiner Frau. Ja, genau. Dass der Lusttropfen natürlich auch dazu führen kann, dass man schwanger wird. Ja, Mann, natürlich. Ja, weiß ich nicht. Es ist ja nichts passiert. Es ist nichts passiert, aber es lag auch daran, dass wir nicht in der fruchtbaren Zeit miteinander geschlafen haben. Aber als ich gesehen habe, wie unregelmäßig ihre Tage kommen, dachte ich mir, ich möchte mich da auf keinen Kalender so richtig gut verlassen. Ja. Ich habe halt irgendwie in der Situation so darauf vertraut, ich meinte, nee, ich kann nicht schwanger werden. Und du, ich wüsste noch nicht mal, ob wir das denn nicht durchgezogen hätten wieder. Ja, ich wollte gerade fragen, hätte sie denn Lust gehabt auf ein Kind? Sie meinte nein, aber sobald die Hormone einsetzen... Das kennst du ja schon, das Spiel. Nein. Also ich meine, wir haben uns ja damals dafür entschieden. Weißt du gar nicht mehr, wie die Karten neu gemischt werden. Und ich wüsste auch nicht, ob ich es könnte. Ich wüsste gar nicht, ob ich das könnte, selbst mit einer Frau, wo ich mir denke so, oh, das muss jetzt nicht sein. Dass du sagst, wir treiben ab. Genau. Weil ich auch immer, dadurch, dass ich ja schon Vater geworden bin, so dieses Bild habe von, ja, mit dem Kind wird es eigentlich immer schön. Ja, das ist ja das, was ich auch am Anfang meinte. Ich hatte aber sofort ein positives Bild im Kopf, das wird schon cool werden. An meinen Händen so eine Reihe von Kindern in beide Richtungen. So diese, wir sind alle von verschieden. Kind von Eld. Wir leben ein anderes Familienmodell. Ich werde dann auch irgendwann im Musikantenstadel auftreten und so mein Album Patchwork veröffentlichen. Oh. Wo eigentlich so die nächste Kelly Family, wo es ganz viele verschiedene Leute zusammenkommen. Wobei, das ist ja dann nicht so richtig Patchwork. Das ist ja was anderes. Patchwork ist ja, wenn du eine Frau kennenlernst, die schon Kinder hat und du hast Kinder und ihr patcht das zusammen. Patchwork wäre auch, wenn ich zum Beispiel mit meiner Ex-Freundin wieder zusammenkommen würde und mit der anderen Ex-Freundin und wir zusammen so ein Familienleben machen. Ist das offiziell Patchwork? Es darf so sein. Ja gut. Ist auf jeden Fall zusammen gepatcht. Ist auf jeden Fall Polyamorie Patchwork hoch 12. Was ja sein würde, wenn du das jetzt durchgezogen hättest und wenn das passiert wäre, dann wäre auf jeden Fall alles offen gewesen. Hättest du es ab dann als dein Lebensmodell integrieren können. Ab da hätte ich es einfach durchgezogen. Also bei jeder Frau, mit der du dann schläfst, weiterhin, Verhütung, egal. Verhütung ist eigentlich bei mir ein riesengroßes Thema. Ja, ja, natürlich. Und ich bin auch jemand, der immer auf Kondom besteht und vor allem, wenn die Frau sagt, ach, geht, dann denke ich mir also auf gar keinen Fall, Teufel ey. Und deswegen ist es so krass für mich gewesen. Und Zündungsstufe 2 in meinem Geist war, wie peinlich ist das eigentlich für mich. Klar. Wie unglaublich peinlich, jemand, der eigentlich sein Leben im Griff hat. Der ist einigermaßen gut auf die Reihe gekriegt, Vater zu sein. Gestern hatte ich so einen Verkacktag. Wieso? Ich war einfach ein mieser Vater gestern. Wie zeichnet sich das bei dir aus? Geistig und emotional abwesend. So immer so dabei gestanden und mal ja, ja gesagt, aber wirklich nicht dabei gewesen. Darf auch mal sein. Darf auch mal sein. Ich habe dann kurz an dich gedacht und gedacht, darf auch mal sein. Nein, was hätte mir Max in der Situation gesagt? Darf auch mal sein. Mach dich mal locker. Und ich war einfach so überlastet, weil wir schon ein paar Nächte nicht durchgeschlafen hatten, weil sie krank war. Ach so, scheiße. Und da hatte ich auch ein bisschen kurze Lunte so. Immer wenn dieses Bye-bye, komm mal. Oh Mann, ey. Ja, ich bin gerade im Bad. Ich kann nicht kommen. Das hast du mir nicht gesagt. Daraus könnte schon so ein kleiner Streit eskalieren. Das ist nicht passiert. Aber ich habe gemerkt, wie ich so eine andere Reitsschwelle hatte als sonst. Naja. Und mir wäre es einfach so unglaublich peinlich gewesen, das zweite Mal in diese gleiche Schiene reinzutappen. Für jemanden, der wirklich aus meiner Sicht sein Leben einigermaßen im Griff hat. Vielleicht nicht so 100 Prozent auf Liebesbeziehungsebene, aber in allen anderen Bereichen, Beruf, ich würde auch sagen, die Beziehung zu meiner Ex-Freundin ist mittlerweile solide. Ist mittlerweile einigermaßen solide, ja. Papa, Freundschaften, ja, also doch, eigentlich läuft alles und alles wäre auf jeden Fall neu gemischt worden. Hört sich da sehr langweilig an. Vielleicht ist alles so festgefahren, dass es ein bisschen wieder Effet braucht und wäre das hier neutige Effet gewesen. Mein Unbewusstes hat sich da die Content-Brille aufgesetzt und gedacht, hier brauchen wir mal wieder ein bisschen Spice. Also peinlich, okay, das ist ja deine Empfindung, das darf ja auch sein, von außen betrachtet, peinlich hätte ich das jetzt nicht empfunden für dich, aber es wäre für mich der Horror gewesen, organisatorisch das in den Griff zu bekommen in deiner Situation. Natürlich. Also wenn du mit deiner Ex-Frau jetzt zusammen wärst in ihr eine Familie. Ja, und dann wäre mir das passiert mit einer anderen, die hätte ich betrogen, dann hätte ich meine Akte. Funktioniert nicht, meine Argumentation, aber ich hatte es so auf mich gemünzt, wenn meine Frau damit kein Problem gehabt hätte. Dass du sie betrügst und dann ein Kind mit einer anderen kriegst, ja, okay. Dann hätte ich zumindest gesagt, okay, das ist logistisch möglich, weil hier gibt es ja noch den Familienkern, hier wird sich gekümmert, da bin ich dabei und dann kann ich mal ab und zu in die Insel-Situation mit der neuen Frau, aber bei dir ist es ja Granate, die du da in dein Leben reinwirfst. Ja. Ich bin auch sehr gespannt, wie das irgendwann mal werden kann, wenn ich tatsächlich nochmal eine neue Beziehung habe mit einer, vielleicht auch neuen Frau und neun Kindern. Vielleicht auch neun Frau. Neun Kindern. Sorry, ich habe jetzt meine neuen Kinder. Wie das alles werden kann. Es ist richtig strange, aber gut. Anderes Thema, ich wollte dir nur davon berichten und mal... Hast du denn mit der noch Kontakt? Sporadisch. Gut, neues Thema. Schnell weg, ist ja auch gut. Ist auch nichts, was dann unbedingt immer so breit tritt, vielleicht auch in einem Podcast, aber... Du, du weißt, ich erzähle leider alles und ich erzähle dir alles. Dieses Mal mit Verzögerung, was sagt das über unsere Beziehung aus? Das war dir wahrscheinlich so peinlich, dass du es nicht erzählen wolltest. Ich kann das auch irgendwo nachvollziehen. Ja, aber vor dir ist mir eigentlich nichts peinlich. Ja gut, aber wenn du sagst, es ist ein paar Monate her, puh, in der Phase hätte ich wahrscheinlich auch nicht so ein offenes Ohr gehabt. Das hätte ich dann so, okay. Ich hatte einfach gefühlt, es ist gerade nicht die Zeit dafür, das zu erzählen. Nee. Hast du es denn auch sonst keinem anderen erzählt? Nur meiner Mama. Nein. Stell dir vor, ich hätte es ihr erzählt und nicht dir. Nein. Aber doch, das wäre noch die Person, glaube ich, wenn ich mir so deine ganzen Freundschaften, ich kenne ja nicht alle, und Beziehungsmodelle und familiären. Ich habe es nur meiner Ex-Freundin erzählt. Bei deinem Vater wäre es so gewesen, ja, und jetzt? Eins mehr oder weniger macht ihr, guck mich an. Es läuft doch alles. Und ich glaube, deine Mutter hätte dich am meisten emotional noch aufgefangen. Das hätte ich aber nicht, so richtig gewollt in dem Moment. Nee, du hättest dich dagegen gewehrt, im Widerstand. Aber ich kann nicht. Du hättest sie wahrscheinlich angemacht und runtergemacht für irgendwas anderes, nachdem du es ihr erzählt hättest. Ich habe es einer Person erzählt. Ach echt? Meiner kleinen Schwester. Ach, wirklich? Ja, und da war es auch ganz gut aufgehoben und die hatte auch die großartige Idee, da mal schnell den Test zu machen. Ja, das ist eine super Idee. Wirklich wahnsinnig. Schön rational, auch von ihr. Hätte ich eigentlich von dir erwartet. Das ist ja das Problem manchmal, wenn du in der Panik bist, dann wartest du einfach und wartest und guckst nicht, was es eigentlich für Möglichkeiten gibt. Das ist so eine idiotische Situation. Ey, auch das Erzählen ist mir einfach nur unfassbar peinlich. Aber gut, jetzt ist es raus. Aber warum ist es so peinlich? Weil, Mann, weil ich mich als halbwegs seriösen Menschen schon wahrnehme. und das spricht einfach gegen mein Selbstbild, dass ich einfach halbwegs seriös geworden bin. Aber krass, empfindest du, also ich weiß nicht, Empfindest du dich als seriös? Nein. empfindest du das als so unseriös? Ich frage mich gerade. Menschlich? Vielleicht ist es menschlich? Ja, genau, aber das ist ja absolut menschlich, dass das passieren kann. Zweimal? Ja, und auch noch ein drittes und ein viertes Mal. Also ich empfinde das jetzt nicht, also es ist verantwortungslos? Ja. Ist es unseriös? Ja. Ist es menschlich? Ja. Und es ist deswegen schlimm und verurteilbar? Also, kommt natürlich immer darauf an, aus welcher Perspektive man darauf guckt, aber so als Außenstehender, natürlich hätte ich gesagt, boah, krass, in was für eine heftige Lage du dich da wieder rein manövriert hast. Aber verurteilen, glaube ich, würde dich dafür keiner. Außer das Jugendamt. Die würden vor der Tür stehen und sagen, ich hätte mich gekümmert. Warum ist es denn schon? Immer diese Kandidaten. Jetzt bin ich schon wieder hier. Immer die Leute aus dem Milieu. Hust, Hust. Okay, gut. Weg von mir, hin zu anderen Menschen. Und zwar die große Frage, wann ist eine Beziehung toxisch? Ja. Und das ist, finde ich, eine ganz, ganz spannende Frage. Und wir haben dazu eine Hörermail bekommen von Anna. Und Anna möchte anonym bleiben. Und darum haben wir vielleicht auch ihren Namen verändert. Vielleicht. Sie hat ja einen Typen kennengelernt auf einer Kinky-Party und Eine Kinky-Party? Ja, ist doch nicht eine schlechte Umgebung. Ist ja eigentlich eine Umgebung, wo Menschen vermutet werden mit einer offenen und toleranten Einstellung. Aber jetzt kommt ihre Geschichte. Ich bin kein Kind von Traurigkeit und mein Bodycount ist deutlich höher als der Durchschnitt. Das sind alles Dinge, die ich meinem Partner von Anfang an super ehrlich mitgeteilt habe. Mist. Fehler Nummer eins. Und ja, er wollte es beim dritten Date schon genau wissen. Sogar die genaue Zahl. Also, ganz kurz hier an dieser Stelle. Wenn man beim ersten, zweiten, dritten Date oder so die ganz genaue Zahl wissen will, dann kann man schon davon ausgehen, dass er einfach ein scheiß Problem damit hat. Absolut. Und man tut ihm, glaube ich, nicht unbedingt einen Gefallen. Oder, naja, nee, so möchte ich es nicht formulieren. Man tut sich damit keinen Gefallen. Ja, aber andererseits, wenn er da nicht klarkommt mit seinem fucking Problem. Okay, ey, wir sind jetzt schon viel zu weit. Ich habe mir damals nichts dabei gedacht beziehungsweise nicht gedacht, dass das überhaupt ein Problem sein könnte. Mit der Zeit hat sich gezeigt, dass es ein sehr großes Problem für ihn ist und es für ihn ungesund ist, was ich in meiner Vergangenheit, in meinen jungen 20ern alles gemacht habe. Ein Bodycount über acht ist laut seiner Aussage schon pathologisch. Was? Und kann später eher zu psychischen Erkrankungen führen. Er hat nicht zufällig Nichtspsychologie studiert, ne? Denke ich auch. Ganz zufälligerweise nicht. Ihr müsst wissen, dass seiner locker doppelt so hoch ist. Natürlich ist er doppelt so hoch, sonst könnte er diese Verurteilung ja nicht treffen. Was mir aber egal ist. Er möchte auch nicht, dass ich noch irgendeinen Kontakt zu Verflossenen habe, was für mich gar kein Problem ist. Es melden sich dennoch immer wieder welche, mit denen ich gar nichts mehr am Hut habe. Wenn sich jemand gemeldet hat und ich zum Beispiel nett und ohne Hintergedanken geantwortet habe und es ihm sofort erzählt habe, ist er oft ausgerastet. Ja. Toller Typ. Er sagt, es ist meine Verantwortung, dass sich Männer melden wegen meiner wilden Vergangenheit. Wow. Wow. Alarm. Obwohl ich den Kontakt zu denen überhaupt nicht mehr möchte und initiiere. Er sagt allgemein oft Dinge wie Männer sind Helden, wenn sie viele Frauen hatten und bei Frauen ist es die Leistung, wenn sie die Beine geschlossen halten. Er belegt das, indem er mit zahlreichen Studien argumentiert, warum Männer und Frauen unterschiedliche Sexualstrategien haben und so weiter. Sonst funktioniert die Beziehung mega gut, aber bei diesem Thema sind wir extrem gegensätzlich und explosiv. Glaubt ihr, dass sich so eine Baustelle lösen lässt in einer Beziehung oder ist das schon toxisch? Zumal wir auch keine 20 mehr sind, sondern 30 und Ende 30. Boah. Alter Schwede, wo ist der verhaftet? Ich würde mir mal seinen YouTube-Verlauf angucken, welchen Content er sich so reinzieht. Das hört sich schon alles sehr redpillig, teilweise sogar sehr blackpillig an, was da passiert. Magst du noch mal so zwei, drei Sätze zu Redpill und Blackpill sagen? Also Blackpill ist mir so ein bisschen, weiß ich auch nicht, glaube ich nochmal die verschärfte Form von Redpill, aber Redpill ist prinzipiell genau das, dass die Frauen ihren Wert auch darüber definieren, dass sie nicht mit vielen Männern schlafen, sondern die Beine geschlossen halten. Männer ihren Wert darüber definieren, mit wie vielen Frauen sie auch schlafen und dass sie der Mann im Haus sind. Also, dass sie das Geld ranschöffeln, dass sie für die Versorgung und den Schutz der Frau sorgen und die Frau zu Hause Hausfrau und Mutter ist. Also grundsätzlich eine sehr gesunde, moderne Ansicht von Paardynamik und Frauen-Männer-Dynamik. Absolut. Und was er so beschreibt, hört sich so ein bisschen danach an, dass er sich mit so ein paar Themen auseinandersetzt und auch Studien heranzieht. Ich meine, diese Redpiller und auch Blackpiller ziehen ja auch Studien heran, so wie man sich ja für alles Studien heranziehen kann. Man muss sie nur entsprechend auslegen und schon hat man das Ergebnis oft, nicht immer, was man eigentlich will. Also glaubst du gerade eben, da haben alle die ironische Klammer mitbekommen? Spätestens jetzt schon. Ja, dankeschön. Also erstmal hat ein Typ da richtig krass veraltete Ansichten und du hast ja gefragt, kann das eine toxische Komponente haben? Was sind toxische Beziehungsfaktoren? Da gibt es viele, die man sich angucken kann, dass man zum Beispiel im ständigen Konflikt ist, dass man ständige destruktive Kritik erfährt. Das ist ja schon am Anfang direkt passiert. Also es ist auf jeden Fall Konfliktherd und es ist eine destruktive Kritik in dem Moment, wo er dich nicht so akzeptiert, wie du bist für deine Vergangenheit und fucking hell, ihr habt euch auf einer Kinky-Party kennengelernt. Da geht man ja für gewöhnlich nicht hin, wenn man irgendwie Briefmarken tauschen möchte. Vor allem, was erwartet er denn? Er geht auf eine Kinky-Party und jeder Mensch ist ja auch verschieden, aber er geht ja auf eine Kinky-Party mit so einem altmodischen Frauen-Mann-Modell und will da jemanden kennenlernen und geht dann davon aus, dass die Frau die dort kennenlernt, dann sofort, nachdem sie zu ihm nach Hause kommt, in so einen Hey, du bist jetzt die Hausfrauen-Mutter oder zumindest nur die Frau und ich bin der Mann mit. Vornein für sich selber die falschen Voraussetzungen geschaffen, um jemanden kennenzulernen, der genau das Bild bedient, was er sich wünscht. Unabhängig davon, dass dieses Bild veraltet ist und nicht mal zeitgemäß. Aber ich meine, wenn er für sich die Vorstellung hat, Hey, ich möchte jemanden kennenlernen, der meinem Bild entspricht, dann wird es ja auch Personen geben, die eine ähnliche Lebensweise sich auch vorstellen können. Ich habe zum Beispiel, das ist kein Freund und der hat aber wirklich so ein richtig altmodisches Modell, wo die haben drei Kinder mittlerweile, er arbeitet, bringt das Geld nach Hause und sie ist nichts anderes als Hausfrau und Mutter. Er meinte dann auch, während sie dabei ist, ja, wir leben hier ein altmodisches Familienbild, so aus den 50er Jahren und beide lachten sehr herzhaft. Naja, aber wenn beide damit happy sind und das hat ja auch nichts damit zu tun, dass du irgendwie den Bodycounter-Frau verurteilst. Ne, genau. Das ist ja nochmal ein bisschen was anderes, verschärfte Stufe und selber sich herausnehmen und danach so biologisch-deterministische Ansätze zu verfolgen, ist schon nochmal eine andere Zündungsstufe, würde ich sagen. Also, wir waren gerade noch bei toxischen Partnerschaften, woran man das erkennen kann. Also, ein guter Faktor ist auf jeden Fall, wie startet die ganze Nummer? Startet die so von 0 auf 100 direkt rein und du fühlst dich wie die tollste Frau der Welt, der macht dir die absoluten Komplimente. Ist es von großer Instabilität geprägt, das Ganze, findet soziale Isolation statt. Sagt er auch, du sollst nicht mehr Kontakt haben. Und wenn man sich diese Parameter schon anguckt, also soziale Isolation, kein Kontakt mehr mit den Verflossenen, finde ich, in der Beziehungsdynamik, wo man sich so unsicher ist, kann man zumindest mal darüber reden. Aber kritischer Punkt auch, Manipulation, denke ich, findet statt. Abwertung findet auf jeden Fall statt. Ständiger Konflikt über das eine Thema findet statt. Ständige destruktive Kritik findet statt. Also es gibt schon ein paar Parameter, die darauf hindeuten, dass das auf jeden Fall eine ungesunde Dynamik ist in dem Bereich und dass seine Ansichten auch für eure Paarbeziehung nicht sehr gesund sind. Und was er eigentlich macht, ist dich abwerten, damit er vielleicht selber ein bestimmtes Gefühl der Unsicherheit nicht spüren muss. Vielleicht ist er sich gar nicht so sicher in der Beziehung und weiß gar nicht um seinen eigenen Wert. vielleicht hat er auch ein sehr niedriges Selbstwertgefühl und muss dich deshalb runter machen, damit er besser dasteht. Und ich glaube, ganz, ganz viele Männer, die sagen, hey, ich darf alles und die Frau darf nichts. Eigentlich liegt da eine sehr traditionelle, klassische, veraltete Sozialisierung vor, bist dann häufig in Familienkonstrukt groß geworden, wo das genau proklamiert wurde und dann nicht zuletzt auch ein geringes Selbstwertgefühl. Weil wenn du dir sicher bist, hey, so wie ich bin, bin ich in Ordnung und die Frau bleibt bei mir, auch wenn sie schon viel erlebt hat und auch schon sagen kann, hey, das gefällt mir, das gefällt mir nicht und was auch immer, da brauchst du ja eigentlich ein recht gutes Selbstwertgefühl. Und da gilt es, glaube ich, eher mal zu gucken, und ob ihr das zusammen macht oder alleine, es ist sehr, sehr wichtig, dass du dich da für dich abgrenzt und klare Kante zeigst und nicht irgendwie einknickst und sagst so, ja, irgendwie hast du ja recht, also. Ja, das wäre das Schlimmste. Das wäre das Schlimmste, das ist nur wirklich Wasser auf seinen Mühlen. Es scheint ja gerade auch noch am Anfang zu sein, zumindest hört sich das so an, dass er jetzt irgendwie für sich erkannt hat, ich möchte eigentlich, dass meine Partnerin Jungfrau ist, sich so verhält und testet jetzt auch so ein bisschen an, hey, was kann ich auch erwarten und umso mehr Raum du ihm gibst, wird es ja wahrscheinlich nicht besser werden. Also erst sind es die Ex-Freunde, mit denen du keinen Kontakt mehr haben sollst, dann sind es vielleicht im schlimmsten Fall auch Freunde, mit denen du dich nicht mehr treffen sollst. Weil die haben schlechten Einfluss auf dich. Exakt. Also ich glaube, so schnell wie möglich da auch eine klarer Kante zu zeigen und sich abzugrenzen und auch für seine Bedürfnisse einzustehen, ist wegweisend für vielleicht eine erfolgreiche Beziehung mit dem Typen und vielleicht auch wegweisend für eine Trennung. Also ich denke auf jeden Fall, dass er seine eigenen Unsicherheiten auf dich projiziert und was halt passieren kann über den Verlauf ist, dass es einfach Stress in dir auslöst oder Stress in eurer Beziehung, dass es auch dein Selbstwertgefühl senken kann, weil er dich ja immer wieder abwertet und wenn ein Mensch das macht, den man gerne mag, dann hat das nochmal einen anderen Impact. Es kann zu Einsamkeit führen, diese Isolation, wovon Max gerade gesprochen hat, finde ich auch noch ein wichtiger Punkt. Du darfst dich erst mit denen nicht mehr treffen und dann vielleicht mit deinen guten Freunden nicht, weil die einen schlechten Einfluss haben und Einsamkeit ist mit ganz vielen Sachen assoziiert mit Schlafstörungen, Depressionen, erhöhtem Blutdruck und vor allem erkennt er ja dich nicht an mit deiner persönlichen Geschichte. Das ist ja eigentlich das Krasse, er nimmt dich nicht so wie du bist und das kann auch wiederum, weil du irgendwann dann abgleichen wirst, gefällt ihm das oder gefällt ihm das nicht, deine persönliche Entwicklung einschränken. Absolut. Und jetzt ist die Frage, wie sollte sie damit umgehen? Ich glaube, das haben wir schon ganz gut eingerahmt, dass sie für sich einstehen sollte, sich ihm gegenüber klar abgrenzen sollte, genau versuchen sollte herauszufinden, was sind meine Bedürfnisse und was sind meine Bedürfnisse in einer Beziehung, die ich habe und muss ich mich hier zu sehr anpassen an den Gegenüber, damit überhaupt eine Beziehung stattfinden kann. Und ich glaube, das ist so das größte und wichtigste Warnsignal. Wenn man sich zu sehr anpassen muss, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eben nicht zusammenpasst, halt schon sehr gegeben. Und du, wenn die Beziehung nicht gehalten hat, schreib uns gerne. Ein Spaß. Bezüglich dieser Kinky-Partys. Wo die stattfinden, ich frage für einen Freund. Nein. Das irritiert mich am meisten, dass er auf eine Kinky-Party geht und dann erwartet, dort jemanden kennenzulernen, der sich in einem traditionellen Mann-Frau-Muster bewegt, was 50 Jahre alt ist. Also das ist so ein bisschen Widerspruch. Hunderte Jahre alt. Ja, doch, wir sind ja auch mittlerweile schon eine Weile. Ich bin immer noch an den 2000 an. Ja, crazy. Aber du, ich finde, es spricht auch nichts dagegen, wenn jemand Bock hat, das so ganz klassisch zu leben oder traditionell, wenn alle darauf Bock haben und das freiwillig entscheiden. Ja, genau. Ich finde, das ist immer eine Sache der persönlichen Entscheidung, aber was nicht geht, dass andere Menschen abwerten. Haben wir auch noch nie gemacht hier. So, eine noch. Ihr könnt uns ja schreiben an beste-at-bestefreundin.de und worüber wir uns besonders freuen, ist, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt und auch mal eine Bewertung hinterlasst. Und das hat der Markus geschrieben. Und Markus sagt, er ist seit sechs Jahren in einer Beziehung mit seinem Freund und die sind super glücklich und die passen auf allen Ebenen gut zusammen und fühlen sich tief verbunden. Wegen einer Sache fühlt er sich schlecht. Er geht ständig fremd oder hat ständig andere Männer am Start. Ist ein Treuer? Ich weiß nicht, ob er passiv oder aktiv treu ist. Das heißt, ich weiß nicht, ob sich Gelegenheiten für ihn bieten oder ob er überhaupt den Wunsch hat, fremd zu gehen. Ja. Nein? Er ist zu faul, bewegt sich nicht und hängt nur zu Hause rum und sitzt auf der Couch. Sehr nah dran. Mein Partner gibt sich keinerlei Mühe um sein Aussehen. Über die Jahre hat er viele Haare verloren. Dafür kann er nicht. Hey! Was ist das denn hier für eine... Also bitte. Ich möchte dir eine Sache sagen. Ab in den Flieger. Kennst du diese Flieger, wo die Männer, man sieht so richtig, wie sie alle irgendwie so eine aufgesetzte Haube haben? Ja. Er pflegt sein Gesicht nicht, was man entsprechend sieht. Er hat sehr schlechte Haut, tiefe Augenringe, wuchernde Augenbrauen und auch hinsichtlich der Kleidung gibt er sich keinerlei Mühe. Geht komplett verknittert auf die Arbeit oder trägt Schuhe, die über zehn Jahre alt sind und ich muss ihm schon neue kaufen, weil ich es nicht mehr mit ansehen kann. Das ist ein nachhaltiger Typ. Ja, also es gibt aber auch Schuhe, die kannst du gut zehn Jahre tragen. Also es gibt handgemachte Lederschuhe, die sehen nach zehn Jahren erst so richtig geil aus. Also ich habe Stiefel, die sind zehn Jahre und ich würde sagen, man sieht es a ihnen nicht an und die sind super gepflegt, aber ich glaube, er redet nicht von diesen Schuhen. Das stört mich immer mehr und ich muss gestehen, dass es mir teilweise wirklich unangenehm ist, wenn man sich mit anderen Menschen trifft. Oh Gott, es hat schon die Stufe angenommen. Okay. Angesprochen habe ich es teilweise, zum Beispiel, ob es vielleicht nicht an der Zeit ist für eine neue Frisur beziehungsweise einen Kahlschlag, weil die aktuelle Frisur sein Haarproblem auch noch hervorhebt. Ach, verdammt. Aber er reagiert sehr empfindlich, was ich auch verstehe, und behaart seine aktuelle Frisur. Trägt aber aktuell auch innerhalb von Gebäuden fast nur noch eine Mütze und versucht die restlichen Haare über die kahlen Stellen zu schmieren. Oh, ich hatte so einen Lehrer, der hatte wirklich eine Platte, der hatte sich einfach oben Basketball raufrasiert. So eine richtig große, kale Stelle, das sah aus wie eine Fleischmütze. Er hat sich auf der einen Seite immer die Haare lang wachsen lassen, dass er sie so rübergekämmt hat. Und man dachte so, ey, trag einfach diese Fleischmütze. Jeder weiß das. Hör auf damit. Oder kauf dir ein scheiß Toupet. Eines von beiden. Aber das mit diesen Haaren, und es durften auch nie die Fenster aufgemacht werden. Weil sonst weg ist. Ja, genau, weil er Angst hatte. Und dann waren wir mal zusammen in der Deutschen Oper, wo ich eingeschlafen bin und er die ganze Zeit so mitdirigiert hat. Und da kam Windstoß und hat einfach eine komplette Fleischmütze freigelegt. Und es war wahnsinnig schamvoll für ihn. Es war was, worüber wir als Schüler und Schüler sind ja gnadenlos. Also es gibt kein härteres Gericht als Schüler. Gerade wenn du eine Schwäche hast, zu der du nicht stehst. Ja. Als Lehrer ist es eigentlich super wichtig, Schwächen direkt zu kommunizieren und ja, ist halt so. Und dann bietest du auch keine Angriffsfläche. Aber wenn du jemand bist, der, also zumindest ist die Angriffsfläche zumindest nicht so sensibel. Aber jemand, der seine Haare über den Kopf kämmt und damit ein Riesenthema hat, wird von den Schülern auseinandergenommen. Wir hatten einen Lehrer, der ist einfach auf die Klassenfahrt mit einem kleinen Leder-Etui gekommen. Wir haben ihn gefragt, hey, wo sind denn Ihre Sachen? Und er so, ich brauche nicht viel. Ein Stück Kernseife und eine Zahnbürste. Und das war sein fucking Equipment für eine Woche Klassenfahrt. Und er hat dazu gestanden, aber auch das hat viel Angriffsfläche geboten. Gut, zurück zu Markus und seinem Lebenspartner. Auch das Gesichtsthema habe ich versucht anzugehen, indem ich ihm ein paar Hautprodukte gekauft habe und ihm näher gebracht habe. Er sagt, er nutzt sie, aber sie sind noch komplett voll. Daher ist das wohl nicht der Fall. Wie gehe ich nun damit um, dass er für mich über die Jahre leider unattraktiv geworden ist, mir sogar teilweise unangenehm ist? Bin ich schrecklich herzlos und ihm unfair gegenüber oder ist da was dran? Und das Wichtigste, habt ihr Tipps, wie ich ihn überzeugen kann, sich mehr Mühe zu geben, ohne ihn dabei zu verletzen? Oh, ich glaube, der letzte Satz, der muss rausgeklammert werden, weil es ist, glaube ich, wichtig, ihn zu verletzen. Also nicht im Sinne von, hey, du siehst scheiße aus und mach mal was. Du stinkst. Aber zu seiner Wahrheit zu stehen, die man empfindet und damit auch vielleicht eine Verletzung bei dem Gegenüber auslösen, ist, glaube ich, elementar wichtig auch in der Beziehung. Also es bringt ja nichts, wenn du weiterhin versuchst, das zu umschiffen, um ihn eben nicht irgendwie zu verletzen oder dieses sieben Thema versucht, die ganze Zeit nicht anzusprechen, weil schlussendlich wird dadurch kein Veränderungsprozess angeleitet und er denkt am Ende, eigentlich ist ja alles gut soweit. Das sind so ein paar Makel, die ein paar Kleinigkeiten, die ihn vielleicht ein bisschen stören, aber eigentlich ist ja alles gut. Also ich kann nur als derjenige, der eher der Kernseifentyp ist, ich kriege regelmäßig von meiner Frau gesagt, möchtest du so wirklich aus dem Haus gehen, du siehst unmöglich aus. Also jetzt nicht, wenn ich hier ins Büro fahre, aber wenn ich zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, mal kurz was einkaufen gehe oder weiß ich nicht, letztens war ich auf dem Fußballplatz mit meinem Sohn, wir sind zum Training gefahren und meinte so, so möchtest du zum Training fahren, interessant. Und ich dachte dann, das kann manchmal hilfreich sein, um nochmal einen neuen Blick auf sich zu bekommen, um zu sehen, okay, vielleicht ist das, was ich hier gerade anhaben, doch nicht ganz so passend. Aber guckst du in den Spiegel, bevor du rausgehst? Ja schon, aber mir ist es halt auch nicht so wichtig, also es ist mir eigentlich auch egal. Du bist ja schon in festen Händen. Eben. Und das ist ein guter Punkt, den du da sagst, ich bin in festen Händen und trotzdem ist es ja nicht unwichtig, klar, für sich. Man fühlt sich auch anders. Genau, sich selber so zu kleiden, dass man sich selber wohlfühlt, das ist das eine, aber auch, man ist eben nicht alleine, sondern man hat ja auch Verantwortung der Familie. Nee, man will ja auch für seine Partnerin attraktiv sein. Und bei mir ist ja nochmal der nächste Umstand, ich habe ja auch noch Kinder, die sich ein Beispiel an mir nehmen können und wenn ich überall rumlaufe wie der letzte Penner, denken meine Kinder, ja na gut, dann muss ich halt auch nicht. Und so ein bisschen hat mein Sohn das auch schon angenommen, dem ist es auch egal, ob er mit dem Schlafanzu draußen rumrennt oder nicht. Und bist du da stolz drauf so ein bisschen? Naja, stolz ist ein sehr großes Wort in dem Zusammenhang. Aber so ganz unangenehm ist es dir nicht, ne? Nein, der steht halt zu sich selbst, sage ich dann immer. Aber um darauf zurückzukommen, ich glaube, es ist extrem wichtig, das wirklich direkt anzusprechen und auch zu sagen, hey, so wie du derzeit rumläufst, finde ich dich nicht mehr so attraktiv. Punkt. Da schmiert mir die Lanze ab, aber wo sie mir hoch geht, ist, wenn ich diesen jungen, gepflegten Mann da sehe. Nein, so ein Vergleich ist schwierig, aber ich sehe es genau wie Max. In dem Moment, wo das was ist, was für dich unumstößlich ist und es scheint es ja zu sein und du dich wirklich daran störst, muss er erfahren, was es mit dir macht, wie du dich dabei fühlst und das in aller Klarheit und trotzdem kann man ja liebevoll sein und sagen, hey, du bist mir auf so vielen Ebenen wichtig und ich liebe dich und das und das ist was, woran ich mich total störe, weil es mir unangenehm ist vor anderen Menschen, weil ich merke, meine körperliche Anziehung geht weg, weil ich merke, dass, und das ist tatsächlich ja auch so ein Ding, wenn du aufhörst, dich selber zu pflegen, kann das auch was mit deinem Selbstwertgefühl machen, weil du auf dem Punkt dir nicht zu viel Wert zuschreibst. Andererseits kann es natürlich auch sein, wenn jemand überpflegt ist und immer sich in die absolut krassesten Markenklamotten hüllen muss und wie so eine laufende Litfaßsäule rumläuft. Ich frage mich eh manchmal, wenn man so richtig große Markenlogos trägt, bin ich irgendwie eine Werbetafel? Ja, exakt, ich frage mich das auch jedes Mal. Gut, das kann auch ein Symptom sein aus einem mangelnden Selbstwertgefühl heraus, dass ich mich mit äußeren Dingen schmücken muss, damit das Innere nicht so wirklich zutage kommt. Also ne, es gibt Extreme. Da ist auch wichtig, die Wahrheit zu sagen. Ich habe mit meiner Frau eine Zeit lang auch das Thema gehabt, dass ich das ihr mal spiegeln musste, dass ich es gar nicht so schön finde, dass sie sich immer so viel schminkt. Also es ist jetzt gar nicht so übertrieben gewesen. Schmink dich nicht, Weib! Aber es war so, dass ich sage, hey, warum eigentlich in der Form? Ich kenne dich doch ungeschminkt und die anderen Männer sollen dich nicht attraktiv finden. Und mir gefällt es besser, wenn du nicht so viel geschminkt bist. Und es hat auch dann dazu geführt, dass sie ein ganz falsches Selbstbild von sich hatte. Sie kannte sich halt nur geschminkt und hatte nur den Mut rauszugehen. Also ich weiß nicht, ob sie nur den Mut hatte, aber es war für sie, gehörte sie zum Alltag dazu. Und erst mein Ansprechen darauf hat dazu geführt, dass sie das nochmal überdacht hat. Das heißt jetzt nicht, dass sie es für mich geändert hat, aber es hat auch nochmal, glaube ich, bei ihr bewirkt, dass sie für sich auch nochmal das nochmal anders reflektieren konnte. Und genauso hier in dem Konstrukt kann, glaube ich, erst durch das Anmerken deinen Freund checken, hey, Moment mal, vielleicht muss ich mich nochmal anders im Spiegel angucken, als ich mich dort immer wahrnehme. Ja, wie hast du es ihr gesagt? Weib! Du bist unattraktiv, wenn du wie einen Clown rausgehst. Genau, umgekehrt. Ich habe es natürlich schön reframed. Ich meine, du bist so eine attraktive Frau. Warum schminkst du dich überhaupt? Deine natürliche Schönheit ist... Ich möchte das nicht. Nee, genau, ich möchte das nicht. Das braucht es für mich nicht. Und für wen machst du es dann? Und dann war natürlich die Diskussion, ja, ich mache es für mich und bla. Und dann hast du natürlich wieder gefragt, wenn du jetzt auf einer einsamen Insel wärst, für dich, und es gäbe dann keine anderen Menschen außer Insekten und Kokosnüsse an den Bäumen, würdest du es dann immer noch machen? Das habe ich nicht getan. Aber im Prinzip ist es ja genau das. Und was ich eigentlich sagen will, ist, dass das zu einer Selbstreflexion geführt hat. Und ich glaube, diese Möglichkeit würdest du hier in dem Fall auch deinem Freund geben, weil der sieht sich im Spiegel wahrscheinlich gar nicht so, wie du ihn von außen wahrnimmst. Ja, und Markus, es braucht auch eine Dringlichkeit. Es bringt gar nichts, immer wie auf Eier zu tanzen, sondern ihm das wirklich zu sagen und auch das in Kauf zu nehmen, was daraus folgt, nämlich, dass er sich verletzt fühlt. Und das kann wieder einen Handlungsimpuls geben. Du wirst dich freier fühlen und am Ende, was ist euch lieber? Ist es dir lieber, dass ihr euch vielleicht sogar wegen der Sache auseinanderlebt? Ja. Wenn man immer alles runterschluckt und merkt, hey, man behält es für sich, weil es ist ja eigentlich auch gar nicht so schlimm und ich fühle mich schlecht, wenn ich ihm sowas mitteile und bla bla bla, was es da für Rechtfertigung in deinem Kopf gibt. Kann es dazu führen, dass wirklich die Lust sinkt, sinkt, sinkt? Das kann ein richtiger Lustkiller sein. Es kann dazu führen, dass du dich über die Zeit persönlich angegriffen fühlst von Dingen, weil du irgendwann dich fragst, merk dir das nicht, ey? Also so zu einem Date zu kommen mit mir. Ja. Ja, und es ist gut, was du ansprichst. Schlussendlich kann es auch dazu führen, dass du irgendwann den Dreh bekommst, hey, er macht es, um mich auch zu verletzen. Also er respektiert auch mein Bedürfnis. Er will mich ärgern. Genau, er respektiert mein Bedürfnis nicht. Und ein bisschen ist es ja auch so, wenn du sagst, ja, es ist mir egal, was du denkst, ich komme jetzt einfach mit und sehe aus wie, ja, ich sehe halt einfach unmöglich aus, hat es auch was mit Respekt gegenüber dem anderen zu tun. Und das finde ich nicht unwichtig. 100 Prozent. Also du willst ja auch, dass deine Freundin hübsch aussieht. Ich glaube, die Partnerin, mit denen ich bisher zusammen war, ich fand die tatsächlich meistens am schönsten. Nackt. In der Sauna, voll geschmitzt, ohne Make-up. Exakt. Oder man ist am Strand, kommt gerade frisch aus dem Wasser. Die schlimmsten Momente für mich auch selber sind verkaterter Tag, Flutlicht, dieses Putzlicht, was im Club angeht irgendwann, wenn alle raus sollen. Ja. Aber gut, das Leben lebt von Kontrasten. Und diesen Kontrast, Markus, kannst du in deinem Leben noch mehr integrieren. Danke auf jeden Fall für dein Vertrauen, dass du uns diese Nachricht geschickt hast. Und ja, manchmal ist Kommunikation der beste Weg, aber das erstmal einzuleiten, das ist auch ganz häufig mit unangenehmen Gefühlen verbunden, denen wir uns nicht stellen wollen. Deswegen wünsche ich dir viel, viel Kraft und ich drücke meine schmutzigen Daumen. Die sind sehr sauber. Ich finde, gepflegte Fingernägel ist auch so ein Ding. Ist ganz wichtig. Fingernägel, ja. Aber bitte nicht die Haut drumherum. Du Knabber-Kollege, meinst du? Du kleine Naschkatz. So im Kino Popcorn habe ich schon dabei. Ich habe mir, egal. Wirklich egal. Kommt lieber auf die Tour. Wir sind auf Tour und Karten findet ihr auf bestefreundinnen.de. Schaut euch einfach mal um, sichert euch am besten jetzt die Karten, weil es wird ziemlich hart. Also, macht's gut, bis dahin. Wir wünschen euch was. Das war Beste Freundinnen, eine Produktion von Auf die Ohren. Damit ist die Show beendet. Auf die Ohren. Auf die Ohren. Auf die Ohren. Vielen Dank.